Vielleicht soll ich meinen alten Künstlernamen dünn. Ja, das ist cool. Ey? Ja. Alter, die Leute haben so viele Kanalnamen-Vorschläge gemacht in den Kommentaren, dass ich nicht mal richtig runterscrollen kann. Oh, zu viel Meteorga. Aber ich hoffe, dass es nicht weitergeht. Fangt nicht mit Meteorga an, wenn ihr zu tun habt. Meteorga hat meine neue Lieblingsserie. Wir suchten das die ganze Zeit. Wie viel zur Folge ist das schon, Hazel? 21. 23. Wir gehen heute die besten Namensvorschläge durch. Und ich werde dann am Ende so zwei, drei Namen vorschlagen. Und ihr wählt dann aus. Und ich werde dann in den nächsten drei Tagen oder so einfach die Änderung machen. Und dann werdet ihr schon sehen. Was hattest du für Vorschläge? Du bist selbst nicht so kreativer. Nee. Auch mit den Namen Dirk ist nicht so viel Spielraum. Problem ist bei mir auch, dass einfach nur Dirk wäre einfach ein bisschen zu deutsch. Und ich bin ja nicht mal deutsch. Erster Kommentar, der mir aufgefallen ist, ist direkt von Ariana Grande. Dirk Kienko. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Ich nenne dich immer Dirk Schmirk. Dirk Schmirk? Ich hasse, wenn Hazel mich Schmirk nennt oder Dirk Schmirk. Nee, das muss schon catchy sein. Dirk mit 3K war schon irgendwie catchy. Aber nenn mir mal ein paar coole und dann sage ich meine Reaction dazu. Also viele haben ja auch sowas mit Vlogs. Aber du willst ja nicht nur Vlogs machen. Ja, genau. Ich will ja nicht nur Vlogs machen. Vorgestern zum Beispiel kam ja auch mein Draw My Year. Es werden immer wieder mal besondere Videos. Kommt vielleicht auch Musikvideos. Es gibt auch Sachen wie zum Beispiel was mit Daily. Aber ich weiß nicht, ob du dich so nennen willst. Weil dann verpasst du dir halt auch den Stempel, dass du jeden Tag hochlegst. Ja Mann, Weilam sagt, ich bin gezwungen, einen von den Kombis zu nehmen. Er findet Daily Dirk auch krass. Das ist übrigens hazy, als ich noch klein war. Dirk mit Ü. Dirk. Du nennst mich ja immer Dirk. Warum nennst du mich immer Dirk? Weil Dirk zu deutsch ist. Viele wissen es ja nicht, aber mein Name ist nicht wirklich Dirk, sondern Dirk. Immer wenn ich mich vorstelle mit den Namen, dann hören Deutsche manchmal so, Ah, dein Name ist Dirk? Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ja Mann, nenn mich so Alter. Und deswegen nennen mich jetzt eigentlich viele Leute nur noch Dirk. Weil es gibt auch sehr, sehr viele Dicks, also Dicks hier. Dirk, der labert. Nein, ich laber nämlich gar nicht so viel. Guck mal, wer da vloggt. Geil. Du schreibst nichts mit Hazel zu tun und jemand schreibt hier einfach Pocket, Daisy, Pocket Dirk, Dirk, Hazel, Dirk, Daisy. Ihr liebt halt Hazel, ne? Und wollt unbedingt die Connection haben. Aber wir sind doch schon connected. Dirk-E-Tation. Wow, ihr seid ja so kreativ. Zu viel. Es ist viel zu viel. Übrigens ist der Bild schon nur so gelb, weil Blaulicht euren Augen schadet. Also, wenn euer Handy oder Smartphone diese Funktion hat, unbedingt einschalten. Dirk, Asia. This is Dirk, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Dirk-tastig. Es sind wirklich so viele Kommentare und wir versuchen jetzt wirklich mal alle so durchzulesen. Was fandest du bis jetzt am besten? Dirk mit 2K und Dirk Kienko. Nur aus Spaß. Aber das würde ich nicht machen. Was ich auch machen könnte, ist einfach nur Dirk und dann meinen Nachnamen. Joho. Oder halt einen anderen Nachnamen wie Bam. Julian heißt ja auch nicht Julian Bam, falls ihr das nicht wusstet. Dirk loves Hazel. Das ist ein guter Name. Weil viele haben übrigens bewundert, dass du mich letztens verteidigt hast. Ehrenfrau. Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Wenn ihr auch findet, dass Hazel eine Ehrenfrau ist, dann abonniert sie. Die wird fast in jeder meiner Videos sein. Wir suchen jetzt schon fast eine Stunde. Es reicht jetzt auch. An sich sind Julian Bam und Chris Rope auch keine coolen Namen. Aber das sind Namen, die man sich irgendwann ausgesucht hat und die dann ikonisch wurden. Andererseits gibt es ja auch Namen wie Casey Neistat, der einfach nur sein Name ist. Was halt auch mega cool ist. Für einen Vlogger ist es aber voll persönlich. Vielleicht soll ich meinen alten Künstlernamen Dirk Maina. Ja, das ist cool. Ey. Wenn ihr meine Reaction zu meinem ersten Video gesehen habt, also was mein weiteres Video auf dem Kanal ist. Da habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass ich schon mal einen Kanal hatte. Coffee and Cigarettes. Dirk Maina. Jetzt wo es mir einfällt, ich glaube ich nehme den. Oh, okay. Aber stimmt doch trotzdem mal ab. Dirk mit zwei K. Dirk Maina. Oder Daily Dirk. Wir sind zu dem Anschluss gekommen und das war echt mega spontan. Also wirklich nicht geskriptet. Bis morgen.